Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Escapist 2. Ja, als wir mit dem Boot abgehauen sind, sind wir leider an die Küsten Sibiriens angestrandet. Es war sehr kalt und die örtliche Polizeihunde sind gleich festgenommen. Und jetzt geht's nach Fortundra in das Hochsicherheitsgefängnis. Ob wir das schaffen, Plupp? Was denkste? Äh, nein, wir werden keine Chance haben. Wir werden keine Chance haben. Ich bin ein bisschen optimistischer. Wir sind nicht allein und es wird sehr heftig, es wird kalt und ja. Natürlich haben die Wärter alle mega dicke Klamotten an und alle Insassen nur dünne Jäckchen. So, ich lade dich sofort ein. Und hoffentlich, am besten wäre es ein bisschen in der selben Zelle, ey. Ich hab mal reingeguckt vor uns, ich musste mich kurz, ich musste ganz kurz wissen wie das aussieht. Und vertraut mir, ähm, es ist nicht schön. So sieht es aus. Da bin ich ja mal gespannt. Hm. 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 Sehr schön. Und ich bin am anderen Ende des Gefängnisses. Ja, und du bist auf der anderen Seite des Gefängnisses. Sehr schön. Dann erzählst du doch gleich mal was. Okay, die Kamera sieht das nicht, wenn ich die Pote durchsuche. Alles klar. Ne, ne. Sehr schön. Ich hab ja schon ein Stück Holz und eine Pfeile. Ja, ich hab auch schon, äh, ich hab ein Stück Holz und ein Draht und ein Blech. Ich bin rechts vom Apfel in der Zelle. Ich bin genau links im Apfel von der Zelle. Äh, in der Zelle. Äh, in der Zelle. Äh, äh. Das hab ich nicht gesehen. Ja, ich werd verhauen. Lol. Was machst du da? Ja, ich hab mal Holz dabei. Ähm. Holz! Ähm. Okay. Es liegt schon, äh, es liegt immer... Loot mich, loot mich! Ah, ne, es geht nicht. Du kannst, ne, du kannst nicht da raus mehr. Ah, verflegst die Kiste. Ja, gut. Hast du Kragenhausaufenthalt? Hallo? Ich werde jetzt da gleich in die Bibliothek gehen und schauen. Oh, ne. Oh, ne. Dass ich lerne. Ich schau mich hier mal ein bisschen um. Denn wir haben einen Plan, liebe Freunde. Wir haben einen Plan. Hm. Ich gucke mal, wo denn die Bibliothek sein könnte. Ich werde auch gleich mit suchen. Hier oben sind auch noch Zellen? Ja. Es gibt sogar mehrere Etagen. Okay. Okay. Da ist der... Erst kommt Sport, dann Frühstück natürlich. Ach du Backe, ist das groß. Wo ist da die Bibliothek? Ja. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Das hier unten sieht nichts. Guten Tag. Guten Tag. Nein. Ah, hier ist sie. Ist sie das? Hä? Ganz links. Ganz rechts. Das ist gar kein Gebäude hier irgendwie. Du. Ganz rechts. Rechts unten. Geh mal das Gebäude unten und dann rechts rüber. Also ich... Ich lande schon mal. Denn wir brauchen die größte Schauf- bzw. Spitzhacke, die es gibt. Rechts unten? Stimmt. Wo mein Pfeil ist. Wo mein Pfeil ist. Wo mein Pfeil ist. Ja genau, genau. Ich sitze hier drin. Hallo. Der Eingang... Der Eingang... Der Eingang ist irgendwie links. Ganz, ganz, ganz woanders hin wieder. Aber jetzt Zeit. Ich komme auch gleich. Okay, es ist hier. Okay. Die Bibliothek. Ich muss mich auch leeren. Wir müssen die größte Schauf- bzw. Spitzhacke machen. Die Musik. Ihr hört schon. Es ist sehr düster, sehr traurig. Warte. Du kommst von hier. Hä? Ist das die Bibliothek dorthin? Nein. Oder? Moment. Doch. Das... Das sieht richtig aus. Warte mal. Von hier? Ich versuche gerade den Weg zu finden. Warte. Ich will mitkommen. Ich will mitkommen. Ich will auch mal gucken. Das sieht hier alles irgendwie anders aus. Das ist aber schlecht. Hä? Wie ist der hier durchgekommen? Der hat einen grünen Schlüssel gehabt, oder? Nix mit ganz ehfach durch. Ja gut. Für falsche Guides kann ich ja nix. Also so. Aber da ist dort doch ein Detektor ist dort noch. Ja, und da ist er einfach durchgelaufen. Wie? Mit dem Werkzeug. Er ist einfach durchgelaufen. Aber hä? Das heißt, er hat den grünen Schlüssel. Aha. Da kommt man da noch irgendwie anders hin. Guck mal hier außen rum noch gehen kann. Ich guck, ich komm mit. Ja, ich komm mit. Aber das... Das ist wahrscheinlich zu gefährlich. Hä? Ist hier noch ne Tür? Hm. Wenn man als Polizisten verkleidet, wäre ein Gänge ist vielleicht. Au. Ja gut. Das heißt grüner Schlüssel und, äh, das heftigste Werkzeug. Shit. Äh, ich hätte einen Plan. Komm mal, komm mal kurz zu mir. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber das kriegt man hin. Wenn wir zu zweit machen und uns immer gegenseitig, äh, Deckung geben, komm mal mit. Ich hab ein bisschen einen sicheren Plan vielleicht. Also das ist der einfachste, den ich gar nicht genannt habe. Ja, ja, guck mal hier. Da können wir rein. Ja. Und wir hätten hier einen Pult zum Abdecken des Lochs. Und können uns einfach hier rüber buddeln. Dauert zwar ein bisschen länger, aber ist vielleicht sicherer. Äh. Weil das hier ist gesichert. Also hier kann, kann, hier kommt vielleicht einer rein, aber ich denke, das ist die sicherste Variante für uns. Sicher. Der kann weiter buddeln in der Weile. Okay, dann budden wir uns da raus. Das würde ich auch sagen. Oh, Mittagsappell. Mhm. Müssen wir auch mal nebenbei machen, in Freizeit. Oh. Oh, der hat nix. Der hat auch nix. So. Ich geh nochmal mit Looten. Okay, ich geh schon mal leeren. Ich hab auch schon gelernt, aber es reicht entscheidend noch nicht. Ähm. Äh. Äh. Achso, Leute. Okay, wir gehen das hier rein. So, dann mal durch. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin schon bei 50 oder so. Ich hab eine Pfeiler. Ich weiß nicht wofür. Irgendwann gucken. Ich brauch muss ja noch. Weißt du, was ich nehm? Die Allergies jetzt unten. So. Wir lernen mal ein bisschen. Das heißt, Holz ist wieder sehr wichtig. Ja. Ich hab sogar schon ein bisschen was gesammelt. Ja, ich hatte ein Stück Holz. Ah, ah. Von Anfang an. Hallo. Ähm. Bei mir lecken die wieder übelst. Echt gut. Oh, oh. Aua. Ja. Ich bin schon wieder kaum gegangen. Beim Looten. Das Problem ist, die sehen das halt alles. Wir müssten erstmal alles irgendwie zu hängen. Boah, ist das doof. Ja, was heißt, die, die sehen das alles. Wenn sie nicht da sind, können sie es nicht sehen. Ja, das sind überrechte da. Ich werd gleich mal in die zweite Etage gucken. Zweimal du so eine Nadel. Sehr gut. Äh, ich hab welche hingelegt ja auf dem Weg. Du kannst die einsammeln. Die brauchen wir vielleicht da noch. Ja, die, die, die sind bereits meins. Ah, das ist super. Ich geh mal zum Sport jetzt. Wenn ich das noch schaffe. Also, ich werd gleich wieder zusammengeschlagen, weil ich es nicht schaffe. So, dann gucken wir doch mal. Ähm. Genau, hierfür brauchte man dreimal Holz. Äh, Werkzeug, Holz und Pfeile. Ich könnte mir sogar schon gleich einen Werkzeuggriff kraften. Sehr gut. Wir brauchen da einen. Ich geh mal in die obersten Zellen hier gucken. So, ich hau mich mal rein ins Bett, um wieder fit zu werden für Lernen. Klebeband, wichtig, ja. Nehmen wir. Da brauchen wir nämlich auch keinen grünen Schlüssel erst holen. Ja. Die Musik ist auch voll debris. Das ist alles elektrisierend. Ja, die. Ich find das Gefängnis hier schon wesentlich übersichtlicher als das. So, hier find ich mich wesentlich besser zu. Freizeit, sehr gut. Ich lerne. Ich komm auch gleich. Lalalala. 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 Ich habe ein Holz sogar schon gefunden. Und ein Blech. Was brauchen wir denn für die ganz... Ich weiß ja nicht, ob die Ene reicht, ne? Diese ganz große. Dafür brauchen wir... Ja, dann wahrscheinlich nicht. Wenn wir so weit buddeln. Was wollen wir da machen? Wollen wir da wieder diese leichte Spitzsacke machen oder die stabile? Die ganz leichte bringt ja nichts. Die stabile. Ne, die leichte ist die mittlere. Das ist eine gute Frage. Ähm. Ich komm auch mit zum Lernen. Hier oben sind ja auch noch Dinger. Oben sind ja auch noch welche, ne? Du kannst... Du hast zwei Etagen, ne? Mit Zellen. Ja, äh. Ich loote, was mir gerade vor die Füße kommt. Blech. Hm. Für Schaufeln. Für Schaufeln. Für Schaufeln, ja. Können wir auch gebrauchen. Okay. Habe ich auch schon eins gesammelt. Du solltest dich da drin sein. Na gut. Dann gehe ich jetzt raus mit dem Blech. Ich habe auch schon ein Klebeband und ein Holz. Allerdings fehlt halt ein Griff. Ein Werkzeuggriff. Den können wir aber bauen, ne? Ein Werkzeuggriff kann ich jetzt bauen. Was können wir denn bauen? Pfeile und Holz ist Werkzeug. Oh cool. Ich habe Pfeile und Holz. Haha. Ich kann den... Kann man den am 50 craften? Soll ich den craften? Ich kann ihn. Ich kann ihn auch schon um 50. Kann man wohl leben. Ja, wir brauchen eh mehrere, ne? Hm, hm. Such mal lieber noch nach Crafteds ein. Such mal nach Materialien noch. Wir brauchen auch noch mehr Materialien. Ich habe jetzt ein Werkzeuggriff gecrafted, weil wir brauchen eh mehr. Ja, ich... Wir brauchen viel zu viele. So. Hä? War hier nicht eine... Eine Treppe nach oben? Achso, die... Die war auf der anderen Seite wahrscheinlich. Tü, 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 tü. Das hat der gesehen? Wie? Hm, hm, hm. Zweimal Holz, sehr schön. Tschüss. Ich habe noch eine Pfeile gefunden. Ich habe zweimal Holz gefunden. Sehr gut. Ich habe noch eine Pfeile gefunden. Sehr geil. Ich habe gerade easy Zeit hier, äh... Oh, ich habe noch zweimal Holz gefunden. Wie gut ist das denn heute? Okay, wir sind schnell hier raus, dass ihr gucken könnt, Freunde. Das wird super easy, sage ich euch. Weg das, Sam. Jawohl, hm, hm, hm. Sam schläft in seinem Bett. So, ah... Sind die Werte hier behindert? Hier, Abendbrotzeit, Leute. Ihr müsst aus... aus euren Zellen raus. Ist Abendbrotzeit. Das geht so nicht. Wir brauchen aber auch noch Holz, äh... Wir brauchen aber auch noch Holz für abstützende Wände, ne? Nicht vergessen. Ja, erst mal gucken, was da unten ist. Wenn da jetzt wirklich so ein... so ein Schacht ist... Oder so eine Kanalisation, da brauchen wir vielleicht gar nicht so viel. Also, ich habe schon zwei Werkzeuggriffe gerade gecraftet. Was heißt, wir können uns ja insgesamt schon drei Werkzeuge machen. Ich kann sogar schon eine Schaufel machen, theoretisch, ne, E-Fahrer. Wo ist denn jetzt Abendbrot? Ach, da unten. Autsch. Die Zäune sind böse, ne? Ich lade auch mal wieder gegen die Zäune. Ah, ja, wie weit ist das denn? Hallo. Lootet. Gott sei Dank gibt es hier so viele Leute, ey. Wir können auch ein bisschen was... 5,5? Habe ich eigentlich schon Kohle? Nein. Ich habe null. So, 5,5 Gold. Alter, ja. Hier riecht man noch übelst wenig für die Aufträge. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Soll ich schon mal ne Schaufel machen und wir fangen schon an? Es ist zwar bloß ne E-Fache Schaufel, aber... Hm? Ja, dann... Hä, wie gucke ich denn... Ach, von einer Seite. Hä, ich versuche einen Christmann für 5 Gold. Für 5 Gold? Oh mein Gott. Die geben dir aber was. Hier kriegt man ja richtig viel. Boah, ey. Pass auf, das ist Reischwürste. Hä? Hier ist kein Buch. Da muss ich wahrscheinlich wieder hoch, oder was? Ich kotze mich an, dass die alle gucken können. Es dauert zwar jetzt ewig, aber da habe ich nichts in meiner Zelle Ruhe. Naja, geh doch einfach weg. So, wo ich schon mal hier bin, kann ich auch nochmal die andere... Du musst hier... So, Kollege, ich habe dein Buch. Äh, iiiiih, ist das eklig. Deine Zelle hat ein Problem, ne? Wie, meine Zelle hat ein Problem. Geh mal, komm mal zur Zelle bitte. Ja. Was denn? Wow. Du hast die ganze... Nein, ich war das nicht. Das war schon so. Wo ich da kam, war das schon... Du warst da. Nein! Aber sowas vor. Guck im Video, ich war das nicht. Ey, das ist so... Das ist so klar, ey. Guck im Video, ich war das nicht. Ich komm nicht klar, aber ich geh nicht raus. Ich komm nicht klar, aber ich geh nicht raus. Ich hab nicht mal einen Auftrag. Das hat sich richtig gelohnt für 5. Mann, 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 ey. Ich glaub, Aufträge bringt's hier nicht so wirklich. Für 50 können wir uns einen Ausbruchstipp holen. Stein, hammer, harter Ort. Aha. Ja, Verschwendung. Was, Verschwendung? Ja, die Tipps, die Tipps sehe ich auch im Wiki. Hier, ach so. Ja, das ist ja... Oh, es ist kalt, ich geh wieder rein. Wir machen hier was ganz anderes als es... Ja, ich geh wieder rein, hier ist kalt. Ich geh nicht rausbuddeln. Wir sind... Ist eh gleich wieder Nacht hier. Äh... Alter. Kann das mal jemand bitte... Ey, das ist ja wohl... Kann das mal jemand reparieren? Ist hier irgendwas drin gewesen? Pfeile für 65. Wie... Wie sie verkauft's mir nicht, weil sie mich nicht leiden kann. Genau deswegen. Wir kennen uns seit... 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 Wir schrauben uns hier. Aber wir schrauben uns hier? Nö. Gut, ich bin... Ach so, Appell haben wir noch. Noll. Wächter! Er haut mich! Helfen Sie mir! Komm hier raus! Wer haut dich? Hier! Gucken Sie mal hier! Aua! Hahaha! Das kommt davon, ne? Knüppelt die nieder! Richtig, die Sau, ey! So! Ey, die haben alle nur Aufträge für... Für 5! Oh, hier 75! Nämlich! Irgendwann vermöbeln! So! Ich hab meine Zelle komplett verdeckt! Auch wenn's ne 3er Zelle ist! Ich soll zweimal Holz und einmal Klebeband holen? Ja, dann behalte ich das aber lieber! Du hast mir mein... Wow! Erst überflutest du meine Zelle... Und jetzt glaub ich... Das war ich! Okay, das ist in der Zelle überflut, das war ich nicht! Ich schwöre es! Okay, ich werde die Sachen looten, aber ich werde sie, glaub ich, nicht für den Quest benutzen, weil... Ja klar, warum? Zweimal Holz und einmal Klebeband, äh... Daran komm ich so schnell nicht nochmal! Ich hab ein Kohlebrocken... Uh! Ich habe noch eine Pfeile! Ja genau, geht hier alle in die Zelle rein! Gehst du da unten in die Zelle, dann geh ich ne Etage höher! Ja, ich versuche... Alter! Wie ihr die ganze Zeit hier drin bleibt! Junge! Alles klar, ich geh aus woanders hin, die gehen aus den Zellen nicht mehr raus! Ich finde Pfeilen ohne Ende, soll uns das was sagen? Hä? Ach, das ist wieder hoch! Ah! 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 Ich hab keine Zeit, keine Zeit, bin schwer beschäftigt! Ich lass mich wenigstens kurz sehen! Ich lass mich wenigstens kurz sehen! Ich werde keinen Verdacht auf mich lenken! Tada! Ah! Das ist auch nichts! Draußen lieg'n's wieder jemand! Ah! klebeband sehr gut hier oben ist ein buch ich nehme an das brauchst du für eine quest ähm ich kann nicht zum sport WTF ich habe dreimal klebeband gefunden ich kann das nirgendwo verstecken ich habe keinen platz das brauchen wir aber alles ja dann leg es in den raum wohin ist wo ich es hin lege ich lege das in den raum dort rein ich lege ich kann noch nichts kraften ich habe ja mir viele brechen so viel klebeband ja es soll ich nicht haufel kraften ja wenn dann kraft irgendwas der guckt genau geht er zu meiner zählen ja ich krafte eine brauchen wir das blech brauchen wir das blech blech ja ich habe keinen platz ich muss was weg tun das blech muss weg ich tue das ich tue das in das zimmer reinlegen ich hoffe das ist noch da ich teste es jetzt dann krafte ich jetzt eine schwache schaufel und ich habe ohne schwache schaufel gecraftet ich hoffe das bleibt da drinnen ich habe das genau in den raum reingelegt wo das zeug also wo ja ich habe es zum frühstück nicht mehr warte was war das dass das das für eine schwache schaufel hä was denn was war das blech ein ok ich habe eine eine schwache schaufel gecraftet ich auch nicht wieder alles gefallen fehlgeschlagen scheiß drauf ey schwache schaufel ist viel wert oder ja so ich habe schnell angefangen das erste loch also das loch der anfang des lochs ist schon womit bulzen gerade eine eva schaufel hier drinnen habe ich gerade angefangen eine eva ganz eva schaufel habe das loch fast durch schon wo ist denn hier arbeit du warst gerade da einfach nur runter ok ich habe viermal auflage dort drinnen wo in dem raum habe ich in dem pult noch zwei pfeilen gelegt ich gefunden habe hast du schon rechts in den zellentrakt alles durchsucht immer mal wieder oben hoch kann ich sagen dann gehe ich mal gucken einmal blech und einmal klebeband ok klebeband habe ich in meinem zu genüge klebeband habe ich auch ich gucke ob ich gerade noch einmal blech finde ich war schon bei was wollte ich war schon bei der arbeitszeit wenn ich einmal blech finde kann ich meine schaufeln nämlich abgewählen ich mache hier gar nichts doch mal ruhig ey holz nehme ich natürlich auch gerne mit ich habe ein holz ich kann das gar nicht so ich kann so viel gar nicht verstecken wie gesagt in den pult in diesem raum kannst du noch was rein tun ich hoffe die gucken da nicht rein hallo du hier hast du ein holz ja ich auch das ist kein blech noch ein holz habe ich hier gefunden alter holz 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 wir brauchen eh drei holz um ich vermute mal ganz stark wir brauchen wir müssen dings machen kraft ich mir gleich schon mal so eine dann kraft ich mir jetzt schon mal so eine holz strebe weil ich kann so viel als ich ja ja ich auch nicht deswegen mit holz wird man hier zugeschüttet oh ja definitiv kraft die menschen war so eigentlich hoffe ich kann das der appell ich komme gleich ich muss noch gerade hier was verstecken holz strebe ist gekraftet abhält ich bin ich bin ganz brav ich bin auch ganz brav ich komme zum appell schien guten tag ich habe keine holz in der hand du kannst das hier ablegen wenn du wirst wenn du schon eine große schaufel hast dann kannst du gerne buddeln du darfst nur das in den raum reingehen ich habe nur eine ganz schwache mach gerade ein quest da muss ich wieder jemand verbrügel verbrügel das gute ist wenn man manche quest an dem sport halt halt so sicherheit ist also ich habe jetzt noch ein bisschen was in das pult in diesem raum reingelegt da ist auch noch ein griff drinnen was du brauchst und einmal holz ich bräuchte halt ein blech oder eine brechstange jetzt dann kann ich mir wieder wo ich auch kenne ich wieder werkzeug machen der verkauf bin ich weil er mich nicht mag ich kenne dich nicht mehr kufferbarn verkauft der eine hier der hat eine brechstange für 80 gold 15 oder so hier habe ich eine quest zum ablenken beim frühstück draht ja 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 falsches gefängnis aber dankeschön duschen und frühstück ok duschen und frühstück kriege ich hin so ich muss beim duschen für eine ablenkung sorgen dann kriege ich 20 gold geht mal alle an euren platz freunde maßenschlägerei maßenschlägerei ablenkung 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 ich hab den anderen auch richtig einen mitgegeben ich bin weg ach schön der war nur kacke jetzt muss ich noch beim frühstück für eine ablenkung gesogen alles krieg ich auch noch hin freizeit da passt ja nein der hatte viermal blech im hin was ich konnte sie schnell genug klicken weil er okay dann würde ich sagen wir müssen die leute mal verprügeln oder dann hast du werter nicht interessiert dass sie gerade verprügelt wurde äh dann sollten die leute mal verprügeln dann kriegen wir vielleicht hier zum beispiel ich muss laufen warum warte der hier oben hier komm her komm hoch der hat natürlich nix den sind sie weggetragen ja der hier der hier der hier das ist die hier das ist die hier das ist die hier das ist die hier oder niru wie die hieß ne was passiert viermal blech im inventar das brauchen wir wo waren die das ist doch die hier auf der karo station ne ne die ist wieder hier das ist die hier mit dem pümpel hier nur wir kriegen die muss ja raus ich glaube das ist basil oder ich dachte die ist nero irgendwas mit nero hast du es ist ne es bin ich nicht weil ich dachte sie ist nero oder irgend sowas bretley bretley wir sollten einfach die leute bitte verkloppen äh ok wollen wir jemanden verkloppen hier einfach mal so ich habe nichts mit dem taus ist es passt schon ich bin fast tot also das ist schlecht also ich habe unter dem pult schon ein loch gebuddelt ne so ein bisserl angefangen kannst du auch schon runtergucken oder ne noch nicht wir brauchen noch einmal eine schaufel dann können wir runtergucken ja ich habe eine aber hier nero nero der hier der 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 mit dem weißen horn komm mit ok warte warte oh warte wir gehen da los auf wen hä der hat akku auf jemanden wat für wen hat was warum so ich folge jetzt mal nero wenn er grad ich glaube ich glaube ich sag das wäre nero wir wetten der hat die vier blech gleich nicht mehr aber wenn wenn keine leute kommen wenn der jetzt runter geht ne ne der geht der geht hier rein alter ok ist hier irgendjemand ja hier kommt jemand warte wenn der runter geht alter wenn der jetzt warte 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 jetzt hau ihn aua alter blöcke also da kommt jemand pass auf lass dich hauen lass dich hauen dass der wäscher das sieht ja hier aua lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn geh geh weg ok loot ihn ja der hat die kein der hat nichts mehr dabei vielleicht die hier basil hä basil hier basil komm zurück die hat das geantwortet das bringt so nix das ist sinnlos die hat das die hat das guck mal guck mal die hat das hat die das ich kann die nicht noten mach mal nicht leer oh nein na gut wenn die zur krankenstation getragen wurde hat die das natürlich nicht mehr im inventar das macht schon sinn naja ich hab einen wolf das macht keinen sinn weil die gehen ja auch so immer durch den direkt vor ja gut stimmt ach da kloppen sich welche da kloppen sich welche da drin das bringt nichts das ist komplett sinnlos ne wir looten die die kloppen sich doch gerade ja die haben doch nichts hier draußen liegen klein welche echt du hast traurig gesagt die hatte 4 blech ja aber nur wenn man die mutet dann haben die entscheidungen die haben zeugs noch nicht so flüssig ja aber zeit ich gehe leicht ich gehe leicht ich gehe leicht ich werde runter und oh arbeitszeit oh äh ich würde aber sagen die folge ist erstmal zu ende ne ja die folge ist zu ende ich würde sagen wir machen hier an der stelle an der nächsten folge weiter ne oh gott das ist aber ganz ungünstig ja ja ich sehs schon gut ähm wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin tschüss tschüss tschau